15. April 2018, 18.18 Uhr, Johann Christoph Häusen erbte den Sieg zum Auftakt über den Sieg beim Saisonauftakt der Rally Cross WM 2018 in Barcelona konnte sich Matthias Ekström EKS Audi am Sonntag nur gut zwei Stunden lang freuen. Gegen kurz nach 18 Uhr entschieden die Sportkommissar, den Schweden wegen der Kollision mit Petter Solberg PSRX Volkswagen im Finale zu disqualifizieren. Damit erbte Solbergs Teamkollege Johann Christoph Häusen den Sieg zum Auftakt.